Es kämpft sich Nathalie durch einen Schwarm Fische. Mähne der Weibchen, doch die Zähne stammen von den Männchen, die sich zur Paarung in die Nähe des Fracks wagen. Bei dem Liebesakt verbeißen sich die Männchen so sehr in der harten Haut der Angebieteten, dass so mancher Zahn verloren geht. Auch im Sand versteckte Kraben und Langusten stehen auf ihrem Speisenplan. Und an dem harten Panzer der Krebse beißen sich die Tiere sprichwörtlich die Zähne aus. Diese Theorie würde jedenfalls die große Menge der ausgefallenen Zähne erklären, denn Paarungen finden nur einmal im Jahr statt. In dem die Weibchen ihre ein bis zwei Jungen zur Welt gebracht haben, finden sie im Schutze des Wracks Ruhe und Erholung. Nathalie und den Haiforscher Ressler wird es Zeit... Eine große lustige Töne, die Zähne schütze des Dr. Ressler wird es Zeit...